Junge Hunde, vor allem wenn sie jünger als sechs Monate alt sind, beißen viel, da sie zahnen. Du kannst einem Hundewelpen dies zwar nicht vollständig abgewöhnen, du kannst ihm jedoch antrainieren, sich auf sein Kauspielzeug zu beschränken. Sag so etwas wie »Autsch« oder »Das tat weh«, wann immer dein Hund zu fest zubeißt, damit er weiß, dass das schmerzhaft ist. Wende dich anschließend ab und lass ihn für einige Minuten links liegen. Mit der Zeit begreift der Welpe, dass es Schmerzen verursacht, wenn er beißt und dass er dadurch nicht deine Aufmerksamkeit erlangt. Wenn er beispielsweise in deine Hand oder einen Schuh beißt, leite seine Aufmerksamkeit zu einem seiner Kauspielzeuge. Platziere es in seiner Schnauze und bewege es spielerisch hin und her, damit der Hund Spaß daran hat. Wenn dein Hund sich mit seinen Spielzeugen beschäftigt, belohne ihn mit einem Leckerli für sein gutes Benehmen. Mit der Zeit lernt das Tier, dass es deine Aufmerksamkeit und Leckerlis bekommt, wenn er an seinen Spielzeugen kaut und verliert das Interesse an Menschen, Schuhen und anderen Dingen. Verabschiedung Untertitelung des ZDF, 2020